Kapitel 3 Leroy der Boss Maxxnarr Maxxnarr ist eine riesige Spinne Hahahaha Ich liebe Kaltusat einfach And if the faceplate taunt us And if the faceplate taunt I still go face Oh my god, GG, easy, get dragged Na endlich, ja Mann hat der einen Lack Also was heißt denn hier, Mann hat der einen Lack? Hast du gesehen, wie oft wir jetzt verloren haben? A, das und B Hätte sie nicht den Berserker gekillt Hätten wir nochmal 12 Schaden reingehauen mindestens Also es hätte ganz anders ausgehen können Hätte sie nicht so einen Lack gehabt Ja, das stimmt Na gut, also was macht die für 0 Lass zwei zufällige feindliche Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren Das war die Die alles wieder zurückschickt Das heißt Kriegscheu, Kampfscheu Kann man mal machen Wir wissen jetzt grad nicht, was Maxxnarr spielt Ja, wir können schon mal ganz Mein Controller wäre aber eine gute Gedanke Zwei Spinnen? Ja, von Anfang an Das ist fair Ja Dreckspinne Ja Komm schon, brauchst du weg? Und auf die Hand zurück Danke Das ist halt auch das Schöne, er spielt es immer Oder sie spielt es immer gleich Am Anfang des Toos Stund ich ihn? Hat jemand die Erde gesucht? Ja Das ist zu viel, wir können nämlich, wir machen gerade nämlich nichts Nee, geht auch gar nicht Ey, das ist echt eine richtig gute Puttsituation Dann machen wir doch den Dann verstärken wir ihn nochmal Du könntest sogar noch den Wolf Und den Schatten töten Und dann eine Spinne sprenken Oder du wirst einen von beiden Und dann... Nee, beide Sie hat wahrscheinlich Meeresriese und sowas auf der Hand Und viele Sachen Das heißt... Nein, schade, schade Aber es geht so Kein Board Clear ist tatsächlich Die stärkste Strategie, die wir gerade haben Äh, ja... Uh, in a rage Toll Habe ich dich nicht gerade weggeschmissen? Jetzt beginnt er hier Genau Das heißt, wir haben vier Mana-Rede-Runde Die wir nicht einsetzen können Aber wen Jungs Ist halt echt krass Weil wir eigentlich mittlerweile noch gar keinen Schaden gemacht haben Aber es kommt halt erst später Ja, eben Nee, auch nicht gut gezogen Jo Aber es funktioniert Ich meine, so lange wie wir uns jetzt gerade schon halten können Leroy Jenkins Kommt wieder Kommt wieder Was heißt denn hier eigentlich Jenkins? NYEK Ja, es kommt mit genau das, was ich nicht will Das kommt Okay Wir wissen aber, was wir ändern Hallöchen Survive Day Eins, zwei, drei Schön, dass du dabei bist Survive Day Eins, zwei, drei Ja Ja Schöne Arbeit Vielleicht hat es noch anderes Live Day So Ein bisschen was verbessert Hoffen wir mal, dass es sich verbessert hat Oh Sechs Sehr schön Das ist ja cool, ich muss gar nichts machen Wie sich selber gekämpft hat Ja, sehr schön, danke Nice Cool Ja 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 Oh, wir haben jetzt zwei mehr Heilungen Ja, weiß ich Also wir verlieren jetzt jede Runde noch ein Leben Ja Bekommen aber zwei Rüstungen theoretisch Wenn wir es so machen würden Richtig Und jetzt müssen wir dann bloß Das ist doch schön, schön Das müssen wir dann halt überfütten irgendwie Okay, die nächsten 45 Runden machen wir jetzt ein Schaden Aber Alex geht, Alex geht Schön Krass, dass das funktioniert Oh, jetzt können wir uns ja auch wieder gegenheilen Ey Yay Yay Und dann haben wir wieder ein paar Situationen Das ist eigentlich die bessere Heilung Okay, jetzt jede Runde Leeroy und dann in der nächsten Runde mit Alex Drazer Also wenn wir die Leben knapp werden Ja Also sieben Schaden Wir überleben mit eins, das ist zu gefährlich Ja Ja Spiel dann wenigstens bitte einen, der dich in drei Minuten hält Danke Dann einmal Heilung Wobei Ich könnte jetzt nochmal ein für drei spielen oder eine Rüstung Oder die Rüstung Oder die Rüstung Oder die Rüstung Oder die Rüstung Ja Und jetzt kommt irgendwie ein Vier runter Schaden oder sowas hier Nein Der Ron Der Ron Der Ron Max Drazer ist out? Was? Was? Aha Natsuli Ach Nils, grüß dich, hi Alter Studienkollege von mir Ah ja Kann durch hin Alles klar bei dir Yes Kleiner Rat Tschüss gute Doktor, wir haben es geschafft Uhhh Leeroooooooh Captain Jenkins Bitch Geil Das war ein schöner Pass Ja Das war ein schöner Pass Das war es nicht mehr